Tauchen Sie ein in Innsbrucks Stadtoasen. Die Freizeitoasen der IKB bieten Spaß und Entspannung für die ganze Familie. Keine zweite Landeshauptstadt Österreichs verfügt über solch ein umfangreiches Angebot an künstlicher Wasserfläche. Jährlich verweilen mehr als 722.000 Gäste in den Bädern der IKB. Dafür steht eine Wasserfläche von insgesamt 40.000 Quadratmetern zur Verfügung. Die Freizeitoase Tivoli verfügt über fünf Schwimmbecken, einen Sprungturm, eine 70 Meter lange Wasserrutsche und einen Wasserspielgarten für die Kleinen. Ein Sommerfeeling der besonderen Art vermittelt die Freizeitoase Rosau, von den Innsbruckern liebevoll Baggersee genannt. Nicht nur ihm, sondern auch rund um den See werden viele Sportmöglichkeiten wie Fußball, Tischtennis, Schach und Beachvolleyball geboten. Drei Hallenbäder sorgen das ganze Jahr für Sport und Wasservergnügen. In der 1926 errichteten Stadtoase in der Amrasser Straße lebt die Badekultur der Jahrhundertwende mit modernen Vorzeichen wieder auf. Für Sportbewusste ist die Sportoase Höttingerau ein Geheimtipp. Hier kann man zahlreiche Wassersportkurse besuchen. Die Erlebnisoase im Olympischen Dorf bietet alles, was das Familienherz begehrt. Neben 6000 Quadratmetern Wasserfläche und zwei Riesenrutschen begeistern die kindergerechte Ausstattung und ein ganzjährig betriebenes Freibecken. Im Sommer lockt eine Liegewiese zum Entspannen. Die Wellnessoase in der Salyrner Straße bietet einen Ort des Wohlbefindens im Zentrum der Stadt. Die Anlage wurde bereits 1928 im Jugendstil errichtet und inzwischen gefühlvoll modernisiert. Die Saunaanlage verfügt über Heißluft, Dampf, Eukalyptus und Saunakammer. Im Ruheraum mit Wasserbetten und offener Feuerstille lässt es sich herrlich entspannen. Angenehmen Stunden der Entspannung steht also in den Stadtoasen der IKB nichts im Wege.